Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Diables 20. Diesmal wieder mit dabei der Mulle, frisch aus dem Urlaub. Hallo. Na ja, frisch ist relativ einfach aus dem Urlaub. Ja. So. Also. Besuch von Street Tigger ist vorbei. Jetzt geht unter uns beiden Verkloppten weiter. Und ja. Also, wir haben uns dann heute mal ein bisschen aufgeteilt, die Arbeit. Er will momentan mal schauen, dass wir das im E-System ein paar mehr Festplatten haben. Damit wir da auch endlich mal ein paar Sachen einlagern können. Und was ich dann jetzt erstmal mache, was halt ich mir vorgenommen hatte, ich wollte mal hier die Sachen aus dem Twilight Forest, wollte ich so ein kleines, ich sag mal, Museum für aufbauen. Dass man irgendwie die ein bisschen schön ausstellen kann. Also in der Kiste blöd aufstellen, finde ich das langweilig. Wartest du von der Sache? Ui, boah, wär schon was für andere. Oh, das hatte ich dann hier über unseren Betten vorgehabt. Ja, das war ganz cool. Gut, dann wollte ich auch ein bisschen mit Biblio-Graft arbeiten. Die haben da ja hier diese wundervollen Oak Cases. Ich war hoffe, dass das jetzt auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie ein Gefühl habe ich, sag ich mal, nein. Aber ich hatte da auch so ein bisschen Deko vor, aber das wird lustig, was ich mir vorgestellt habe. Haben wir denn noch eine Schere? Schere, 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 Schere haben wir nicht. Ich muss schon wieder Eisen verschieben. Und wie war so dein Urlaub? Naja, da war echt gut. Mal in England. Das Essen da war immer grauenvoll, aber gut. England. Ja, ich glaube, zwischen englischem und deutschem Essen ist eindeutig schon ein Unterschied. Ja, da hängt einfach nur ein Alvinz so drin. Das kannst du nicht wirklich sagen, ich war noch nie in England. Würde ich aber auch eigentlich gerne mal hin. So, auf jeden Fall auch noch mal, falls ihr es in der letzten Folge gespannt bekommen haben. Wir haben geupdatet auf die Version 1.2.1. Haben sich auch für uns ein paar Sachen geändert. Und es gab auch noch mal einen Serverumzug, weil der alte Server dann irgendwann gesagt hatte, nur ich mach nix mehr. Und mal hier ein dickes Dankeschön an den SpeedDigger, dass er sich den Server bereitgestellt hat. Und ja. Äh, Sebastian, ich hab ein Problem. Ja. Und zwar? Ich kann halt kurz zum Eingang kommen, ich komm nicht mehr rein. Äh, weil? Ich schau's mir einfach an. Warum bist du groß? Hi. Hi. Es ist aus dem Twilight Forest. Auf ner Wolke gibt's so nen Giant Miner. Es ist einfach nur ne Form von dir selbst. Oh, okay. Oder genauso gut. Ich hatte auch noch ne Schönheitsumwendung. Okay. Ja, die Toile fand ich so geil aus. Stimmt, da fällt mir nicht, ich muss noch ne Whisp-Lündchen. Die Spieler-Daten sind etwas unvollständig. Ich weiß nicht, tötet mich das Mistinkies mal sogar nicht. Ja. Ja. Äh, so, jetzt hab ich schon mal blau. Was ich auch richtig cool finde, hier dieser Giant Miner, der lässt auf so ein paar Sachen fallen. Zum Beispiel kann der ein Giant Swat oder eine Giant Pickaxe runterfallen lassen. Oh, und die sind dann ziemlich cool oder wie? Das ist die Pickaxe. Moment. Oh, okay. Lass mal sehen. The Brakes Giants Block. Was sind denn Giants Blocks? Einen haben wir. Einen Giant Cobblestone. Hm, okay. Der hier. Okay. Hey, 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 hey. Ja, die haben quasi so ein Haus da aufgebaut, so ein ganz bittiges Cobblestone-Haus mit Holzdach. Das ist irgendwie so, ein Block ist irgendwie vier- oder fünfmal so groß. Moment, ich setz nochmal draußen hin. Kannste vergessen, habe ich schon versucht. Wird nicht. Nee. Ist doch blöd. Aber wenn du mal Langeweile hast, kannst du ja selbst nochmal in Toilette raus fliegen und ja so ein paar Sachen machen. Jo. Muss dann halt nur nach der ganzen Sache gehen halt. Also diese ganze Questreihe. Ja. So, aber dann arbeite ich da noch ein bisschen mit Stonebricks. So, was für eine Festplatte tue ich mir denn an? Ich würd sagen, wir arbeiten dann mit 16k. Ja, hatte ich auch gedacht. Weil 64k, so vieles Zeug werden wir glaube ich nicht haben. Naja. Okay. Also gerade schauen. Fangen wir mal hier an. So. Machen wir dann hier so ein bisschen Dekorat. Aktiv und so ähnlich oder sowas. Ja, meine Wortwahl ist halt perfekt. Okay. Falls ihr euch fragt, was ich mir gerade vorgestellt habe. Ich weiß es selbst noch nicht. Kann man hier? Nein, kann man nicht. Okay. Kann man hier wenigstens ein bisschen tricksen. Ja, könnte man. So. So. Ne, den will ich dann nicht. Stop. So. Und dann wollte ich hier oben drauf Lauf haben. Dass hier so ein bisschen waldendig aussieht. Ah, das wird glaube ich schon hinterher ganz cool aussehen. Das wird glaube ich schon hinterher ganz cool aussehen. So. Haben wir noch Item Frames. Weißt du das? Ah, das ist ja so. Aber Leder sollten wir für zwei Leder. Das wird doch einfach. Mit meinen. Okay. Paintings haben wir, super. Unheuverhandling. 0. Ok. Lass uns was futtern. Wo haben wir diese Druckplatten von der Platt Angelistics? Die sollten... Moment. Hier in der Truhe. In der Aufwand. Ok, danke. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das machen. Lager war das. Rit. Hydra. Urgast. Ok. Machen wir das mal. Na. So. So. Und dann machen wir das einmal so und dann tricksen wir hier noch einmal schnell. Also ich finde die Trophäen sehen schon geil aus. Besonders die vom Urgast. Wo hast du die jetzt hingestellt? Über unseren Betten in der Ebene. Achso. Auf dem. Ok. Oh, die sehen cool aus. Gut. Dann brauche ich... Machen wir mal hier diese Oak-Case. Hoffen wir mal, dass die klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, ich werde gerade wieder richtig kreativ. Ich habe eine kreative Eingebung. Oder so ähnlich. Ok. Wolle brauchen wir. Haben wir noch was für Wolle? Das ist Schnee. Wir haben aber 46 Strings. Hoffentlich nicht von Springtankers. Ja, der musste gerade sein. Ja, das musste auch sein. Was hast du erwartet? Sei froh, dass du in deiner Aufnahme nicht dabei warst. Da kamen solche Sprüche fast dauerhaft. Ok. Geht doch. Ja, da kann man das echt machen. Ja, das sieht echt cool aus. Warum höre ich ja in Slime? Das können wir mitnehmen. Ok, das Ding nervt mich dezent. Ich bin Slimes töten. Viel Spaß. Weil ich keine Ahnung habe, was hier in Slime oder so zu suchen hat. Achso, der ist garantiert irgendwo im Baum. Im Baum? Ja, draußen. Also die spawnen normalerweise noch flachen Ebenen. Eigentlich auch nicht auf der Höhe, aber... Draußen sehe ich ihn zumindest. Nee, scheiße. Ähm. Das war unsere Tür. Nein, schön wär's. Das war der halbe Baum. Oh, und die Enderlilies. Also die Enderlilies wie ließ das ein? Äh, die eine... Drei leben noch. Die explodiert ist es weg. Na, super. Das darfst du reparieren. Bin schon dabei. So, deinem Alpha Jedi früher... Ich hasse es, mit Holz zu arbeiten. Ja, das darfst du. Ja, das darfst du. Die Dornen können da rein. Ja, so wollte ich das. So. Und das Mies Droganov. Wo haben wir es? Das können wir noch mitnehmen. Das können wir noch mitnehmen. Oh Gott. Ah, haben wir jetzt noch was vergessen. Ich glaube nicht. Nicht. Oder? Nein. Was wir noch machen können. Ja. Machen wir auch. Ähm, machen wir mal so einen Armour-Stand. So, dafür haben wir sogar noch genug Zeug. Das ist ja super. Ich habe schon mit den Pflanzen gerechnet. Ja. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Und dann nehme ich mal die Dirli-Furst mit. Ich mache aber auch in meinem Inventar wieder was leer. So. Das war aber. Das war aber. So. Da in, da in. Oder, nee, ich weiß nicht was machen. Wir brauchen aber lange, bis das abgebot sind. Ah, du, du. So. Und dann. Und hier können wir noch den Arctic Freer rein. So, ich finde das ist ganz gut geworden. Kannst du mal anschauen kommen, wenn du willst. Ja, Sekunde. Warte noch am Baum flicken. Oh Gott, diese Rosen erinnern mich so derbe an diese Verarsche. Am Ende von Twilight Force ist das unglaublich. So, dann kann ich eigentlich währenddessen schon mal wieder los rüber gehen. Mache ich mir mal gerade die Jeter Ranch ready. Wenn wir noch eine haben. Ne, dann muss ich mir noch neue machen. Und dann gehe ich schon mal die Lavapombe umsetzen. Ja, mach das. Drei Electricals. Deal. Aber ich. Muss ich dann jetzt mal machen. Okay, das ist dreimal Silikon, dreimal Cold Dust und drei Eisen. Du hast deine Jeter Ranch noch. Ähm, keine Ahnung. Nicht immer Vital, also ich war nicht. Ähm, mach ich ja gleich. Na komm, mach ich auch noch mal deine mit. Jo. Ja, sind ein paar Items während des Serverumzugs wahrscheinlich verloren gegangen. Halt weil die Player Daten anscheinend richtig rüber kopiert wurden. Aber da kann man nichts machen. Dann kann ich ja schon mal die Gears fertig machen. Drei, vier, acht. So, hier die Slabs brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Ach, hier geht das nicht. Was? Man konnte, ähm, Slabs in einigen Modpacks und neuerdings kann man wieder zurückvercraften. Oh, okay. Aber ich rentiere nicht. Gut. Und natürlich mache ich das Faltrum. So ist ihr. Jeter Ranch ist... Da wirst du mich verarschen! Das war unsere Tür. Ich leg die auf und die Wendchen, ne? Mach das. Wenn du reinkommst in der Truhe. Quasi am Eingang. Ich geh mal die Labe auf. Die sind jetzt alle getötet hier. Viel Spaß. Vor allem Schuss retten und explodieren und dann deine Reaktion. Jupp, das war mal unsere, ähm, Tür. Da sollten wir auch mal schauen, dass wir dringend mal hier diese Magnum Torch kriegen. Ja. Ja. So. Das war eindeutig mal ein Hafersee. Hast du eigentlich auch ein neues Mikro? Äh, ich hab mein neues Headset. Das ist aber eigentlich genau das wie man... Also das gleiche Modell wie mein altes. Liegt das denn ein bisschen anders? Irgendwie ja. Ich find irgendwie besser. Ja, guck mal gut sein. Ja, Mann. Das war ja schon recht alt. Ich glaub. So, Andertank. Ich muss nicht verstehen, warum ich die Fruit Convert hier nicht abreißen kann. Ich glaub, wir haben hier eine verpackte Fruit Convert. Äh, was ist mit der? Ich krieg die nicht abgebaut. Ja. Gut, dann komm ich dann nochmal gerade zurück und dann der Fruit Convert. So viel Zeit haben wir ja noch. Eiu. Ähm, was ich noch vorhat, hast du vielleicht am Wochenende nochmal Zeit? Ähm, Wochenende... Äh, bestimmt. Ich hab's ja nämlich dann mal vorgehabt. Mal schauen, dass wir dann mal hier mit Crazy aufnehmen. Hm, okay. Was ist das der Türgeber und hast du die Tür eingesammelt? Die hab ich hier direkt dann wieder hingeworfen. Achso, ach, hier unten liegt's ja. Fluid Conduit war... Ach, nur Quad-Klicken, der ist okay. 3, 4, 6. 6. Na? So. Ist doch immer noch irgendwann Slime? Ja, das wissen wir doch genau. Ich glaub, du solltest zum Wohle unserer Tür noch aus Slimes einen Fick geben. Na? Yes, ich hab die Vögel Conduit. Und irgendwie 3... Erde und... ...n Halsstock aufgehoben. Ich will hier nochmal, ich eigentlich möchte aber 16K-Festplatten zu quarften. Jetzt will ich einfach mal wissen. Ich kaufte mal eine 16K-Festplatte. Scheiße, unsere Tür ist in die Luft geflogen. Auf einem komplett anderen Stockwerk. Will ich wissen, wie? Ich warte Slime aufs Suche. So, und bevor ich mich jetzt hier schon wieder verlaufe... Portal. Safe. Oh, da drüben ist noch Lava. Da drüben ist noch Lava. Aber macht Silikon mittlerweile aus Sand und nicht mehr aus Gummi. Okay. Ne, stimmt, stimmt. Silikon hatte früher erst das Gummi, dann Plastik und dann Silikon. Und so war das doch, oder? Äh, kommt hin. Okay. Hier traue ich mich eindeutig nicht runter. Da kannst du sagen, was du willst. Ich gehe nicht runter. Zu... Höllenhunden und sonstigerem Gevieh. Ah, komm, trau dich. Lustig. Wunder, wenn ich zugucken darf. Du, du darfst dann, wenn das gut läuft, dann meine komplette Ausrüstung neu machen. Inklusive in der Türmikpfam, Lava Generator und in der Tank. Naja, ist das super. Mhm. Ich hab den ganzen Rotz schon einmal gemacht. Ah, hier sieht ganz gut aus. Ender Türmikpfam. Lava Generator. Fluid Conduit. Energy Conduit. Endertank. Okay, ernsthaft, wo ist dieser verschissene Slyme? Alter, dein Ernst? Das Ding nervt! Du gehst da rein. Du gehst da rein. Und dann machen wir... Ach, der ist eh voll. Gut, ich komme dann wieder zurück. Alter, die hellen Hunde sehen echt böse aus. Ich hab gehört, du sollst mit denen kuscheln. Da stehen die drauf. Hm, mit einem hab ich gekuschelt. Sehr tödlich geendet. Naja, da ich am Fliegen war... Nein. Aber wenn da so ein ganzes Rudel auf dich zukommt, würde ich sagen... Jaaa. Irgendwie ist mein Kleinteil, weil sie ein bisschen kackvoll wieder nachladen. Na? Hallo? Geht doch. Okay. Muss ich die Prozessoren ja nicht mal mehr backen. Mhm. Das haben sie gelöst. Das ich nicht mehr. Was ich aber nochmal gerade mache... Weißt du jetzt eigentlich, ob es eine Alternative für den Crafting Cube gibt? Ja, gibt es. Das hab ich jetzt schon mitbekommen. Ah, okay. Also auch innerhalb von Applied Energistics. Jaja. Okay. Ähm... Nein, das soll... ...insertet werden. Ja, genau. Da würde ich dich sehen. Ach man, warum kann man nicht... Alter! Ich hab grad die Schnauze voll von diesen Connoid. Ich geh jetzt noch gar nicht in Game Mode. Mach jetzt. Ich fühl mich grad nur dezent verarscht. Ich will nicht wissen, was es ist. Okay. Ich schau mal gerade hier die Connoid Fassaden auf. Ach, ich hab... Ich hab keinen Bock mehr. Das macht auch keinen Spaß, mit den Connoid Fassaden zu arbeiten. Irgendwie fände ich sie nie bugger als vor dem Upgrade. Nein. Alter! Schon... Jedes Connoid Fassaden kann man nicht mehr abbauen, oder wie? Okay. Das ist, glaub ich, etwas... Ich denke, das ist unvorteilhaft. Da drüben klappt das aber, oder wie? Ich will jetzt gar nicht erst wissen, wieso das jetzt nicht funktioniert. Ich will es einfach nicht mehr wissen. So, ich setze die Fassaden hin. Dann machen wir wieder aus den Augen. Aus dem Sinn. So. Jetzt sind wir 26 Minuten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, anmerkenden Kritik. Ah, das sind die Kommentare. Und, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Tschüss!